Hallo, ich bin Christoph und Fachverkäufer bei ElektroPlus. Sollte euer Gerät einmal kaputt sein und ihr braucht den Kundendienst, solltet ihr folgende Informationen bereithalten. Modellnummer und Seriennummer. Ich zeige euch jetzt, wo ihr diese findet. Beim Siemens-Waschautomat findet ihr das Typenschild im Bullauge oben. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann besucht einen unserer ElektroPlus-Fachhändler.